Wir werden das hier jeden Freitag machen. Ich werde mir jeden Freitag irgendein Thema raussuchen, wo ich halbwegs Ahnung von habe, wo ich versuchen werde, das für alle Bildungsschichten ganz gut zusammenzufassen und euch Dinge an die Hand geben, die euch bewaffnen, wenn ihr auf solche dummen Dinge trifft. Heute, heutiges Thema, ist ein Thema, auf das jeder Klimaaktivist irgendwann mal stoßen wird. Also es gibt glaube ich keinen Klimaaktivist, keine Klimaaktivistin, die das nicht schon mal gehört hat. Und es ist ein sensationell bescheuerter, ist ein sensationell bescheuertes Thema, weil es eigentlich so offensichtlich ist und weil fucking niemand diese Offensichtlichkeit zu kennen scheint. Oder interessiert es sich, sich da zu belesen oder zu bilden oder sonst irgendwas. Ich habe eine Präsentation angefertigt, die Präsentation habe ich angefertigt in Powerpoint. Powerpoint ist die Grundlage unseres Unterrichts. Ihr könnt also die Folien einfach mitschreiben, wenn ihr das wollt. Aber ihr müsst das wahrscheinlich gar nicht machen, weil spielt keine Rolle. Das heutige Thema lautet Aber China. Habt ihr schon mal gehört, oder? Aber China. Egal welches Thema, egal um was es geht. Immer wenn, natürlich Comic Sans. Was willst du denn von mir? Selbstverständlich Comic Sans. Aber China. Man spricht übrigens Zwischenfragen erst ab 50 Euro. Ne, ist Quatsch. Wenn ihr Zwischenfragen habt, dann müsst ihr die einfach stellen, dann besprechen wir die. Ich versuche jeden mitzunehmen, wenn ihr irgendwelche Dinge zu schnell gehen oder ihr irgendwas nicht versteht oder ihr zu irgendwas nochmal eine andere Erklärung haben wollt. Bitte einfach sagen, dann sprechen wir das nochmal explizit durch. Aber China. Deutschland versucht irgendwas Klimaschützendes voranzutreiben und man hört als erstes Argument Aber China. Sogar große PolitikerInnen in Deutschland haben schon das Aber China Argument gebracht. Unter anderem Markus Söder. Sollte jetzt niemanden überraschen, aber Markus Söder ist großer Fan des Aber China Argumentes, weil er sagt, Deutschland alleine kann nichts machen. China muss da zuerst mal anfangen, was zu tun. Bevor China nichts macht, müssen wir auch nichts machen. Ne? Und deswegen stellen wir uns heute die Frage, wie gehe ich mit Hülsenfrüchten wie Markus Söder um, die mir erzählen, dass Deutschland nichts machen muss, weil erst mal China, lol. Das ist also die Grundfrage, die wir haben und die versuchen wir heute zu beantworten und zwar mit Inhalten. Ja? Das ist sehr wichtig. Wir versuchen das inhaltlich zu machen. Wir sagen denen nicht, du bist eine Hülsenfrucht, du bist ein Trottel. Wenn wir heute fertig sind, soll jeder von euch Inhalte kennen, die er den Leuten entgegenwerfen kann. Hör auf zu stören. Mein Unterricht wird nicht gestört. Erst ab 1000 Euro. Max 83, halt die Schnauze. Das muss dann übrigens auch die Klasse übernehmen. Dafür habe ich nicht Zeit. Ich bin die Lehrkraft. Ich sitze hier vorne. Ihr müsst die Züchtigung der Leute übernehmen. Unfassbar. Jetzt muss man sich erstmal die Frage stellen, wo holen die das überhaupt her? Weil irgendwo müssen die das ja herholen. Irgendetwas muss es ja geben, warum selbst so ein Markus Söder sich hinstellt und sagt, aber China. Warum ist sowas überhaupt möglich? Und warum das möglich ist, das liegt daran. Das hier sind die Anteile am weltweiten CO2-Ausstoß. Das jetzt Stand 2020 hat sich zu 2022 nicht großartig verändert. Und wenn man sich das anschaut, dann wird man feststellen, Mensch, China ist ganz schön weit vorne. An den globalen CO2-Ausstößen, also CO2-Äquivalenten, hat China eine Beteiligung von 30,65 Prozent Stand 2020. Und Deutschland und dieses kleine Deutschland hier unten ist bei 1,85 Prozent. Und wenn man jetzt nur diese Grafik sieht oder allgemein diese Grafik sich anschaut, dann wird man sich wahrscheinlich denken, Mensch, selbst wenn Deutschland jetzt klimaneutral wird, können wir ja den Planeten für die Menschheit nicht retten, weil China. Versteht ihr? Daher haben die das. Und dann gibt es ja noch andere Zahlen, beispielsweise die der Kontinente. Und auch wenn man sich die Kontinente anschaut, wird man feststellen, Moment mal, Asien ist da aber ganz schön weit vorne. Der asiatische Kontinent mit China, der ist was CO2-Äquivalente, was CO2-Emissionen und Treibhausgase allgemein angeht, ist der ziemlich weit vorne. Und Europa nur hier oben. Europa ist ja, da müssen wir uns gar nicht drum kümmern. Die einzigen, die sagen dürfen, aber Europa, das ist ja Afrika und Südamerika und die interessieren uns gar nicht. Ne? Langweilig. Den Zange mal kurz Zange, das ist eine letzte Verwarnung für dich, mein Freund. Wenn du nochmal so ekelhaft dazwischenrufst, dann gehe ich eine rauchen. Jetzt denkt sich natürlich der gewillte Linkszuschauer hier, der denkt sich jetzt, aber Karl, es kommt doch gar nicht auf die Gesamt-Emissionen an. Ich habe es eben schon gelesen von euch. Einer von euch Wichsern hat dazwischen gerufen. Der hat nämlich was gesagt? Richtig, pro Kopf, ne? Habt ihr gerade, wer war das eigentlich? Wer von euch Wichsern hat dazwischen gerufen, hat pro Kopf gesagt? Ich. Sorry, sorry. Ja, soll ich euch was sagen? Ist falsch. Ne? Du kriegst direkt ein Vermerk im Klassenbuch. Ist falsch gewesen. Denn auch pro Kopf, Freunde, auch pro Kopf hat China ordentlich aufgeholt. Und ist nur knapp hinter Deutschland pro Kopf. Also haben die Leute doch recht, oder nicht? Wenn sie sagen, aber China. Aber China ist ja pro Kopf genauso wie Deutschland. Deutschland hat ja, hat ja denselben Pro-Kopf-Ausstoß wie die Chinesen. Also können wir uns in Deutschland doch mit unserem Finger hinstellen, auf die Chinesinnen zeigen und sagen, aber China. Naja, wir könnten auch Katar nehmen, ne? Oder die Vereinigten Arabischen Emirate oder Australien oder Saudi-Arabien oder, oder, oder. Die USA, auch katastrophal. Wir könnten uns auch auf den globalen Schnitt konzentrieren. Der liegt bei 4,4. Weil es gibt ja sehr viele arme Menschen. Und arme Menschen, ihr wisst ja, die haben gar nicht das Geld, um CO2 auszustoßen. Also, was müssen wir mal da machen? China und Deutschland auch pro Kopf gleich auf. Also, Ende der Präsentation und Unterrichtsstunde. Da Vinci hat recht. Wir müssen in Deutschland nichts machen, solange ich, wenn China nicht endlich anfängt. Ne? Ist ja klar. Nein! Denn es gibt das Pariser Klimaabkommen. Und ich glaube, um dieses, um dieses Argument aber China vollumfänglich zu verstehen und negieren zu können, müssen wir erstmal das Pariser Klimaabkommen ein bisschen durcharbeiten, Freunde. Pariser Klimaabkommen haben einige von euch schon mal gehört. Die meisten von euch werden auch so im Groben wissen, was das ist. Ich fasse es jetzt noch mal ganz kurz zusammen. Ja? Mit meiner Powerpoint-Präsentation. Also, das Pariser Klimaabkommen hält fest, dass die weltweiten Netto-Treibhausgasemissionen, Netto-Treibhausgasemissionen ist übrigens eine Wortschöpfung des Pariser Klimaabkommens. Was heißt das? Es gibt Brutto und Netto. Ihr kennt das von der Kohle, ne? Brutto ist ohne Steuerabzug netto, wenn die Steuern schon abgezogen sind. Netto-Treibhausgasemissionen bedeutet, wir verbrauchen natürlich CO2-Äquivalente. Wir werden in irgendeiner Form CO2-Äquivalente in die Atmosphäre jagen. Und lass es doch das Atmen sein, das wir tun. Tom Dancer, ab 1000 Euro wird unterbrochen, aber ich danke dir trotzdem. Netto bedeutet, dass wir technologische Wege finden müssen, um CO2-Äquivalente aus der Atmosphäre rauszuholen. Sprich, wir müssen so viele CO2-Emissionen aus der Atmosphäre rausholen, wie wir produzieren. Wenn wir das tun, dann sind wir Netto-Treibhausgasemissionen 0. Verstanden? Ich hoffe doch. Ansonsten raus aus meiner Klasse. Und das Pariser Klimaabkommen verpflichtet uns dazu, dass wir uns in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, dass wir es auf 0 bringen. Dass wir, was die Netto-Treibhausgasemissionen sind, bei 0 landen. In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, sprich 2050. Ich habe keinen Stift, nochmal bitte. Prügelt den bitte einer raus. Zange, prügel den mal raus aus dem Saal. Ich habe die Schnauze voll von dem. Das konkrete Ziel des Pariser Klimaabkommens, möglichst die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius begrenzen und mindestens deutlich unter 2 Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter. Wir wissen ja, 1,5 Grad Ziel wird jetzt schon schwer. Wir können das jetzt schon nicht mehr erreichen. Das Pariser Klimaabkommen wusste das auch schon. Die Leute in Paris wussten das. Also sagt man, möglichst auf 1,5 Grad, aber mindestens deutlich unter 2 Grad Celsius. Alle Staaten, 195 an der Zahl, die das Abkommen ratifiziert haben, also die das Ganze dann noch unterschrieben und bestätigt haben, legen ihre Reduktionsziele selber fest. Und da merkt ihr schon, das wird jetzt ein bisschen kritisch werden. Weil es gibt keinen, das Pariser Klimaabkommen sagt nicht, Deutschland muss das machen, China muss das machen, USA muss das machen. Man hat sich darauf geeinigt, dass jeder Staat, der sich zum Pariser Klimaabkommen bekannt hat, die Reduktionsziele selbst bestimmt, die Maßnahmen selbst bestimmt und somit immer noch eigenständig als Staat handelt. Das war vor allem den USA sehr wichtig. Und bis wann? Du verarschst mich, Orly91, oder? Ist das das Dummheitslevel, mit dem ich hier arbeite? Ich habe es einen Satz vorher gesagt, du Wichser. Das steht da auch. Junge, hör doch mal zu. Rausstift, geh mal Fenster aufmachen, wir müssen durchlüften. Ist ja Corona. Alle 5 Jahre, habt ihr bestimmt mitbekommen, 2020, das Treffen in Glasgow. Soll eine Überarbeitung stattfinden und eine Verstärkung der Klimaschutzanstrengungen der jeweiligen Staaten. Also, man wusste 2015 schon, das wird nicht funktionieren, weil Kapitalismus. Also müssen wir uns verpflichtend alle 5 Jahre treffen. Dann müssen die da erzählen, was sie bereits gemacht haben. Und dann müssen die ihre Klimaschutzbestrebungen verstärken und ihre Ziele erhöhen. Das ist das Pariser Klimaabkommen. Die Ziele haben dabei jeweils die höchstmöglichen Ambitionen eines Staates zu reflektieren. Auch eine sehr vage Formulierung. Also, das Pariser Klimaabkommen sagt, ihr müsst schon wirklich versuchen, steht da drin. Ihr müsst es versuchen. Und jetzt wird es sehr, sehr schwierig. Das Pariser Klimaabkommen ist also keine rechtliche Verpflichtung, die konkrete Ziele gibt. Wir haben dieses vage Erderwärmung auf unter zwei Grad halten, aber wir haben keine konkreten Verpflichtungen, die von oben herab an die einzelnen Staaten gegeben werden. Sprich, jedes dieser 195 Staatsgebiete kann selber entscheiden, was tue ich und ist das genug. Muss aber alle 5 Jahre dann Bericht abgeben und sagen, was haben wir gemacht? Was können wir besser machen? Letzte Pariser Klimaabkommen. Ich hoffe, alle haben verstanden, jetzt so zumindest im Ansatz, was dieses Pariser Klimaabkommen ist. Wichtig für uns, China und Deutschland, beide Teil des Pariser Klimaabkommens. Jetzt habe ich hier ein Bild und das ist ein Stockfoto und dieses Stockfoto soll im Prinzip eines schon mal vorwegnehmen. Das Pariser Klimaabkommen sagt nicht, Deutschland alleine muss den Klimaschutz bewältigen. Das Pariser Klimaabkommen sagt, Deutschland ist eines von 125 Staaten, das sich verpflichtet hat, in ihrem Staatsgebiet bestmöglichst unter zwei Grad zu bleiben. Also alles zu tun, um in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts, also bis 2050, netto emissionsfrei zu sein. Also keine CO2-Äquivalente mehr in die Atmosphäre zu jagen. Deutschland ist eines von 195 Ländern, die im Pariser Klimaabkommen sich dazu verpflichtet haben. Mehr oder weniger. Nicht alle haben das schon unterschrieben, nicht alle haben da schon erste Schritte eingeleitet. Gerade im globalen Süden ist es so, dass es oftmals sehr schwer ist, aber wir sind schon auf einem sehr guten Weg, dass alle diese 195 Staaten dies tun. Ihr müsst euch das also so vorstellen. Sagen wir, wir sind in einem Klassenzimmer und in diesem Klassenzimmer sind jetzt 195 SchülerInnen. Und dann entscheidet die Lehrkraft, Moment, wir machen jetzt eine Gruppenarbeit. Und in dieser Gruppenarbeit müssen alle 195 SchülerInnen, müssen jetzt ihr Bestmöglichstes tun, um die Aufgabe zu lösen, das dann am Ende als Gruppenwerk abgegeben wird. Und dann haben wir den Hermann. Und der Hermann ist Teil dieser 195 SchülerInnen. Und bevor wir überhaupt anfangen, sagt der Hermann, Moment mal, der Chinese da hinten, der macht gar nichts. Und solange der nichts macht, mache ich auch nichts. Ihr realisiert, das ist bescheuert, weil es ist eine Gruppenarbeit. In einer Gruppenarbeit muss man als Gruppe, in diesem Fall wir als Menschheit, den Klimawandel bekämpfen. Deutschland ist einer von 195 Staaten, die sich verpflichtet haben, etwas zu tun. China auch. Das heißt also, China und Deutschland haben innerhalb ihrer Staatsgebiete sich zu den genau gleichen Verpflichtungen verpflichtet. Und zwar in ihrem Rahmen das Bestmöglichste zu tun, um möglichst weit unter zwei Grad Erderwärmung zu bleiben. Bis 2050. Alleine von der Perspektive, und hier können die allermeisten schon aufhören zuzuhören, alleine, wenn man das verstanden hat. Realisiert man und kann einem Menschen erklären, dass aber China dumm ist. Wir müssen als Menschheit zusammenarbeiten. Das Pariser Klimaabkommen ist eine Gruppenarbeitsaufgabe. Wir müssen als Menschheit den Klimawandel bewältigen. Deutschland ist Teil der Menschheit. Wenn wir in Deutschland nichts tun oder nur unzureichend Dinge tun, beispielsweise Lützerath abbaggern, dann kommen wir unserer Verantwortung nicht nach. Und wenn wir uns auf China stützen und sagen, aber China muss was machen, dann sind wir bescheuert, weil das kein Argument ist. Dennoch möchte ich jetzt noch ein wenig weiter über das Thema sprechen und euch zumindest so ein bisschen zeigen, was China denn alles macht, was Deutschland macht, was der Rest des Planets so macht und wie das denn mit dem Pariser Klimaabkommen und unseren Klimaschutzbestrebungen aussieht. Das macht das dann noch ein bisschen. Wir gehen jetzt also ein bisschen ins Detail rein. Also wenn das schon reicht, also wenn ihr bis hierhin kommt und denen das mit der Gruppenarbeit erklärt, ihr könnt auch sagen, stellt euch vor, Klimaschutz ist WG-Zimmer aufräumen. Stellt euch vor, ihr lebt in einer WG, ihr habt vier Mitbewohnerinnen und dann entscheidet ihr euch nach einer Party aufzuräumen. Und dann stellt sich der Herrmann wieder dahin und sagt, Moment mal, also mein Zimmer ist ja gar nicht so groß wie das von der Chinesin. Solange die nicht aufgeräumt hat, fange ich gar nicht erst an. Davon wird das Haus nicht sauber, weil ist ja Gruppenarbeit. Alle müssen ja was tun und es gibt Gemeinschaftsräume. Das muss alles irgendwie aufgeräumt werden. Der Herrmann schon wieder, versteht ihr? Aber der Herrmann ist ja der, gegen den wir hier argumentieren. Der Da Vinci. Der sagt, aber China. Jetzt schaut euch das hier mal an. Wer kann mir sagen, also es steht ja da, vielleicht macht es Orli dann, weil lass uns den Orli, ich nehme jetzt dich ganz direkt dran. Orli, was ist denn das? Was sehen wir denn hier, Orli? Orli, Orli schläft schon wieder. Orli, das ist nicht China übrigens. Orli, das ist das Deutsche Reich. Orli 91, das Deutsche Reich. Sehr gut, Orli. Ich schreibe auf, du kriegst hier eine Einzelmitarbeit. Das ist das Deutsche Reich. Und zwar das Deutsche Reich 1871 bis 1918. Das hieß Deutsches Reich. Wie hieß denn Deutschland vor 1871? Weiß das einer? Weiß einer, wie Deutschland hieß vor 1871? Die Antwort ist, man weiß es nicht so wirklich, weil es zu viele Bezeichnungen dafür gab. Es gab den Norddeutschen Bund, es gab den Süddeutschen Bund, es gab eine kleindeutsche Lösung. Österreich, Ungarn hat da irgendwie mitgespielt. Dann hat Ungarn nicht mehr mitgemacht. Dann wollte Österreich mitmachen. Dann gab es dann noch davor irgendwann Preußen. Dann gab es den Freistaat Bayern. Dann gab es das Königreich Bayern. Dann gab es Württemberg. Es ist ein riesiger Clusterfuck gewesen, Alter. Es ist ein riesiger Clusterfuck. Und erst 1871 konnte man sich darauf einigen, dass man Österreich endlich raus mobben muss. Also 1871 hat dann der Süddeutsche Bund und der Norddeutsche Bund sich zusammengeschlossen und haben entschieden, Österreich muss raus. Ungarn kann sich verpissen. Wir gründen jetzt das Deutsche Reich. Ihr seht, Polen auch keine große Rolle gespielt damals. War alles irgendwie Deutschland. Was ich damit sagen möchte, Staatsgrenzen sind Willkür. Staatsgrenzen als solches sind nichts anderes als völlig willkürlich zusammengesetzte Pisse. Und wenn wir uns anschauen, wie es nach 1871 weitergeht, stellen wir fest, dass das Deutsche Reich auch nicht allzu lange gehalten hat. Weil hier steht ja bis 1918. Dazwischen gab es einen Weltkrieg, der hat ein paar Grenzen verschoben. Dann gab es dazwischen nochmal ganz viele Dinge und das ist jetzt nur Deutschland, das Grenzen verschoben hat. Und dann gab es die Weimarer Republik. Und die Weimarer Republik hat nun wirklich nicht lange gehalten. Die Weimarer Republik führte dann ins dritte Deutsche Reich. Also die Nazis kamen dann und dann irgendwann nach mehreren Dingen und tausenden Staatsgrenzenverschiebungen sind wir jetzt da, wo wir jetzt sind. Und wir sagen ja 1,85 Prozent der globalen CO2-Emissionen fallen auf uns. China muss erstmal was machen. Staatsgrenzen sind Willkür. Was würde passieren? Ehrliche Frage. Was würde passieren, wenn China sich entscheidet, ähnlich wie Europa, ihre Volksrepublik nicht nur vage in Provinzen aufzuteilen, sondern sagt, ey, wir haben jetzt hier einen Souverän, Xi Jinping. Und Xi Jinping hat so dieses Volksreich China unter sich. Aber das Volksreich China ist nochmal unterteilt in 16 Einzelländer. Und die haben alle ihre eigenen Oberhäupte und wir behandeln die jetzt genauso wie europäische Länder. Was man tun könnte, das wäre kein Problem. Es wäre von heute auf morgen machbar. Was würde passieren mit dem Aber-China-Argument? Es wäre absolut nicht mehr bringbar, weil jedes einzelne dieser 16 Provinzländer in China einen geringeren CO2-Ausstoß hätte als Deutschland. Jedes. Man bringt das einfach runter und reduziert es so lange, setzt diese willkürlichen Staatsgrenzen so wie man möchte. Das gleiche macht man in Indien und plötzlich kann man das nicht mehr sagen. Was hat sich denn an den CO2-Emissionen verändert, wenn man das tun würde? Gar nichts. Es ist weder mehr geworden, noch weniger geworden. Was würde denn passieren, wenn wir Deutschland nicht mehr als Deutschland sehen, sondern wenn wir das tun, was wir immer so ein bisschen von uns geben? Wenn wir sagen, okay, das ist kein Effort von Deutschland, sondern ist eine EU-Sache. Was wäre, wenn man die Europäische Union jetzt einfach zählen würde? Wenn man jetzt sagen würde, okay, wir treten jetzt hier in Glasgow bei den Klimakonferenzen nicht mehr als Deutschland auf, sondern wir schicken einen Vertreter, eine Vertreterin der Europäischen Union und zählen dann alle CO2-Emissionen der Europäischen Union. Und was wäre, wenn wir noch einen Schritt weiter gehen und sagen, okay, wir machen das nach Kontinent? Was wäre, wenn wir sagen, okay, alle Länder, die irgendwie auf dem europäischen Kontinent sind und zusammen spielen, sich einen Markt teilen, zählen, was die CO2-Emissionen angeht, zusammen? Was wäre dann? Ich kann es euch sagen, wir wären auf Platz zwei und zwar ganz knapp hinter Amerika, aber ganz knapp. Und dann könnte China machen, was sie wollen. Die wären immer hinter uns. Dann könnte der Herrmann natürlich sagen, aber die USA. Könnte er machen. Oder aber wir verstehen und realisieren, dass dieses ganze Staatsgrenzen-Gelaber und diese Verantwortung auf einzelne Länder oder Kontinente oder Staaten oder oder zu schieben, kompletter Mumpitz ist. Und dass die eigentliche Frage, die wir hier behandeln müssen, ist, wie schaffen wir es als Welt, als Menschheit, unsere CO2-Emissionen auf Netto Null zu bringen? Wie schaffen wir es insgesamt? Weil der Pool an CO2-Emissionen, der verursacht wird, das ist eine globale Geschichte. Wir müssen als Menschheit zusammenhalten und den Klimawandel bekämpfen. Staatsgrenzen werden uns da nicht weiterhelfen. Irgendeine Zusammenlegung wird uns auch nicht weiterhelfen. Wenn irgendwelche Staaten sich entscheiden, sich aufzuteilen und zu trennen und CO2-Emissionen dann nur noch in diesen Staaten abgeben, dann wird uns das auch nicht halt. Weil die Gesamtmenge an CO2-Emissionen immer die gleiche bleibt. Es sei denn, wir reduzieren. Ich hoffe, ihr habt verstanden, welchen Punkt ich damit bringen wollte. Ich hoffe, das ist soweit angekommen. Verstanden? Gibt es da irgendwelche Rückfragen? Kannst du es nochmal sagen, war am Handy? Letzte Stunde fällt aus heute, oder? Sport fällt aus, ja. Also kurz zusammengefasst, das ist eine Menschheitsangelegenheit. Wir müssen als Menschheit und nicht als Staat, der willkürlich gesetzt ist, irgendetwas reduzieren. Wir müssen uns darauf berufen, das zu tun, was wir tun müssen, um der Klimakatastrophe entgegenzustehen und zwar CO2-Emissionen verringern. Und das muss jeder tun. Jeder Mensch, jeder Staat, jeder Konzern, alle müssen es tun. Wir alle müssen an einem Strang ziehen und wir alle müssen uns gegenseitig helfen. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir es nicht packen. Okay? Jetzt schauen wir uns doch mal an, weil das ist eine ganz interessante Geschichte, wenn wir doch das Pariser Klimaabkommen als Gruppenarbeit sehen. Was wurde denn bisher so in der Gruppenarbeit geleistet? Was haben denn andere so getan? Weil wir in Deutschland, wir haben ja so eine sehr beschränkte Perspektive. Wir schauen uns meistens immer nur an, was in Bayern nicht passiert und dann halten wir irgendwelche Mindestabstände zwischen Windkraftanlagen und dann zeigen wir mit dem Finger auf China. Aber was passiert denn so auf diesem Planeten? Was passiert in der Gruppenarbeit, die wir als Klimaschutz bezeichnen? Na ja, die USA zum Beispiel. Die USA ist ja einer der größten CO2-Äquivalente Produzenten auf diesem Planeten. Und die haben es geschafft, innerhalb eines Quartals 5 Gigawatt an Solarkraftkapazität hinzuzubauen. Das ist ein Elftel der Gesamtkapazität in Deutschland. Das ist ziemlich beeindruckend für die USA. Gerade wenn man überlegt, dass die ja Trump hatten. Und Trump ist aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten. Joe Biden wurde gewählt, ist zum Präsidenten anhand worden, hat sofort angefangen Gas zu geben. 2020 wurden in den USA 17 Gigawatt Windkraft installiert. Und das ist zehnmal so viel wie in Deutschland im selben Zeitraum. Das ist auch ziemlich beeindruckend. Wir haben Spanien. Spanien zum Beispiel hat 2020 43,6% des gesamten Stroms mit Erneuerbaren erzeugt. Die haben alle Kohleminen geschlossen, die es so gibt in Spanien. Und vom gesamten Strom in Spanien sind nur zwei Prozent aus Kohlekraftwerken. Zwei Prozent. Das ist fucking gar nichts. In England. England plant derzeit und ist derzeit dieser Tage in der Umsetzung der Baupläne. Den größten Offshore-Windpark mit einer Kapazität von bis zu 13 Gigawatt. Das ist insane. Das ist eine Windkraftanlage, die könnt ihr euch gar nicht vorstellen, so brachial wird die. Die haben den Platz, die haben die Möglichkeiten, die machen das. Wir haben Chile. Chile ja ein Land, da wird man jetzt nicht so wirklich denken, jo, was machen die eigentlich so für den Klimaschutz? Chile ist jetzt schon, und zwar Stand 2019, haben die vorzeitig ihre Ziele erfüllt für 2025. Und die haben 20 Prozent des gesamten Stroms mit Wind- und Solarkraft erzeugt. Also die Ziele, die man sich hat gesetzt, die vom Pariser Klimaabkommen abgenommen worden sind, die bei der Klimakonferenz, haben die gesagt, okay, Chile, ihr müsst das und das und das machen. Und dann haben die gesagt, wir würden das dann bis 2025 machen. Und dann haben alle gesagt, ja, das ist sehr gut. Die haben die Ziele jetzt schon erreicht. Die sind also jetzt, also Stand jetzt, sind die knappe fünf Jahre voraus ihrer eigentlichen Zielsetzung. Das ist komplett insane. Marokko. Marokko hat im letzten Jahrzehnt, also 2010 bis 2020, haben die sechs Milliarden US-Dollar in Erneuerbare investiert. Sechs Milliarden US-Dollar. Marokko. Und die erzeugen ebenfalls 20 Prozent des Stroms mit Erneuerbaren. Die hatten vorher gar nichts. Erneuerbare in Marokko hat niemanden interessiert. Wollten die nicht, brauchen die nicht, scheißegal. Haben unterschrieben, haben angefangen, sechs Milliarden investiert, mittlerweile 20 Prozent des Stroms erneuerbar. Komplett insane sind ihren Zielen weit voraus. Thailand. Noch Thailand kennen wir Deutschen von fragwürdigen Urlaubsreisen. Thailand hat das erste von vielen, und jetzt wird es richtig insane schwimmenden Solarkraftwerken gebaut. Mit knapp 150.000 Solarmodulen. Schwimmende Solarkraftwerke. In Thailand. Seit April 2021. Und jetzt sind wir wieder in Chile. Speist das chilesische Solarkraftwerk Quero Dominador mit Hilfe von Salzspeichern, also Salzspeicheranlagen, rund um die Uhr. Also wirklich, die speichern das und speisen dann ins Netz. 110 Megawatt. ins Stromnetz. Die sind da, wo wir sagen, das geht nicht. Die sagen, wir können Solarkraft nicht speichern. Doch, Chile kann das. Und die zeigen das. Und die machen das. Und zwar mit sehr viel weniger Wirtschaftskraft als Deutschland. Dänemark, das sind aber sowieso Streber, diese ganzen Kids in Skandinavien. Dänemark hat solare Fernwärmespeicher installiert. Und deren gespeicherte Energie aus dem Sommer, die speichern nicht nur tagsüber für die Nacht, die speichern im Sommer für den Winter. Und die speichern Wärme im Sommer, um dann im Winter mittlerweile insgesamt 950 Megawatt Wärmeleistung in die Haushalte zu pumpen. Die speichern Wärme im Sommer und heizen damit im Winter. Komplett krank. Wenn wir uns den Planeten anschauen, sind weltweit von allen zugebauten Kraftwerken zur Stromerzeugung 80% erneuerbar. Weltweit. Alle zugebauten Kraftwerke zur Stromerzeugung auf die Welt. Von diesem Planeten. Davon sind 80% erneuerbar. Komplett kranko bianco. Von diesen 80% sind 91% auf Solar und Windkraft zurückzuführen. Solar und Windkraft, it's the future, Freunde. Trotz Pandemie. Wir hatten ja Corona. Trotz Pandemie ist der Windkraftausbau um satte 50% Tendenz rasant steigend angewachsen. Also trotz Pandemie hat dieser Planet, was ihre Windkraftanlagen angeht, ist weiterhin komplett am eskalieren. Und jetzt für die Kapitalistinnen unter euch. Solarmodule, Windkraftanlagen, die Batterien, um das Ganze zu speichern, die werden jedes Jahr deutlich günstiger. Die Preise sinken und sinken und sinken und sinken. Es ist insane, wie effizient wir weltweit gesehen mit erneuerbaren Energien vorankommen. Und wie der Markt, so frei er denn ist, darauf reagiert. Der Markt sagt uns, erneuerbare sind die Zukunft. Der Planet zeigt uns, erneuerbare sind die Zukunft. Und wir in Deutschland stellen uns hin und zeigen mit dem Finger auf China und sagen, wir machen nichts bis China. Was denn mit dem Rest? Jetzt gucken wir uns diese Preisentwicklung mal ein bisschen an, weil was bedeutet das denn in der Praxis? Wir zeigen ja auch ganz gerne mit dem Finger auf Indien, zum Beispiel. Die Preise für erneuerbare Stromanlagen, die verändern sich so unendlich stark, dass in Indien, Stand 2022, ist es günstiger, ein neues Solarkraftwerk zu bauen, als ein bereits laufendes Kohlekraftwerk weiter zu betreiben. Das ist absoluter Wahnsinn. Im Jahr 2020 wurden erstmals, seit der Industrialisierung, erstmals seit der Industrialisierung 18. Jahrhundert, mehr Kohlekraftwerke stillgelegt als neu eröffnet. Es wurden im Jahr 2020 zum ersten Mal, seit wir Industrialisieren, mehr Kohlekraftwerke stillgelegt als neu eröffnet. Die Gesamtkapazität von Kohlekraftwerken ist gesunken und das, obwohl es in China einen Zuwachs gibt. Aber da sprechen wir dann gleich noch drüber. Wir kommen nochmal speziell auf China zu sprechen. Das ist jetzt erstmal global. Was machen wir global? Von allen Kohlekraftprojekten, die seit 2017 von chinesischen Banken außerhalb Chinas finanziert worden sind, also in Indien, Thailand, überall, wo China ihre Finger mit dem Spiel hat, sind viereinhalbmal so viele abgebrochen oder auf unbestimmte Zeit verschoben worden, als tatsächlich gebaut. Also 2017 hat Banken in China Kredite abgegeben und Bauprojekte genehmigt für Kohlekraftwerke und viereinhalbmal so viele dieser Kohlekraftprojekte sind abgebrochen oder stillgelegt worden oder auf unbestimmte Zeit verschoben worden, als tatsächlich gebaut. Aber China. Alleine in Indien betreffen diese Abbrüche Kapazitäten von 20 Gigawatt, nur zum Verständnis und zur Einordnung, so viel wie Deutschland insgesamt an Braunkohlekraftwerken installiert hat. China wollte 2017 überall auf diesem Planeten noch Kohlekraftwerke bauen, hat die finanziert, hat bei der Industrialisierung und Kapitalisierung von Ländern wie Indien stark geholfen und ihre Finger mit dem Spiel. Alleine in Indien wurden 20 Gigawatt an Kapazitäten abgebrochen oder auf unbestimmte Zeit verschoben. Das ist das, was wir in Deutschland noch laufen haben an Kohlekraft. Insane. Weltweit insgesamt 70 Gigawatt, die entweder abgebrochen oder unbestimmt verschoben worden sind. Ihr seht also, auch wenn wir nicht genug tun und auch wenn das alles nur Einzelbeispiele sind, die ich jetzt hier genannt habe, ist doch global ein Trend zu erkennen. Wenn wir uns irgendwie hinstellen, wenn wir uns irgendwie hinstellen wollen und mit dem Finger auf irgendwas zeigen, dann doch auf die Hoffnung, die uns geboten wird. Dieser Planet sprüht vor Enthusiasmus und Klimaschutz. Der Markt reagiert auf unsere Klimaschutzbestrebungen. Klimaschutz ist sowieso so günstig und erstrebenswert wie noch nie und wird jedes Jahr günstiger. Und trotzdem sind wir alle so pessimistisch, gerade in Deutschland und zeigen mit dem Finger auf China und sagen, wir machen hier nichts. Und das Traurige daran ist, und das ist jetzt eine Erkenntnis, die wir hieraus schon ziehen können, wir sind in Deutschland an dem Punkt, wo wir selbst nahezu als einziges Land mit unserer wirtschaftlichen Stärke uns darauf berufen, nur 1,85 der globalen Emissionen zu verursachen und damit nichts machen müssen. Wenn Deutschland seit 2015 mit ähnlichem Enthusiasmus und einer wirtschaftlich zumindest nahkommenden, also äquivalent liegenden Investitionsfreude vorangegangen wäre, wie viele andere Länder auf diesem Planeten, dann könnten wir, und das sind Schätzungen, die kommen von Expertinnen, die kommen nicht von mir, 2033, hört mir zu, 2033, weltweit führend sein, was unsere Klimaneutralität betrifft. Wir könnten so nah an Netto-Negativ oder Netto-Null sein, wie kein anderes Land auf diesem Planeten. Wir könnten weniger Emissionen verursachen als als Länder im globalen Süden. Es ist die Frage, worauf warten wir? Auf China? 2015 sollten in Indonesien, in Vietnam, auf den Philippinen, in Bangladesch insgesamt 185 Gigawatt an Kohlekraftleistung zugebaut werden. Also neue Kohlekraftwerke, die insgesamt 195 Gigawatt Kohlekraftleistung erzeugen. Diese Pläne schrumpften 2020 auf knapp 70, also nahezu um 50 Prozent reduziert in nur fünf Jahren. Stand jetzt 2023 sind es noch 25 Gigawatt. 125 im Jahr 2015, 70 in 2020, 25 Stand jetzt. Seht ihr die Tendenz? Kohle ist Stromerzeugung der Vergangenheit. Kohle hat uns dahin gebracht, wo wir jetzt sind, bei der absoluten Zerstörung unseres Lebensraumes. Und die ganze Welt realisiert, dass es so nicht weitergehen kann. Außer wir, wir halten uns dran fest. Wir zerstören Lützerat. Wir schicken Staatsgewalt, um RWE zu verteidigen und zeigen mit dem Finger auf China. Und China schauen wir uns gleich erstmal so richtig im Detail an, Freunde. Das wird großartig. Quo Vadis, Deutschland. Insgesamt, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, wenn man ein bisschen recherchiert, was macht der Planet? Wie sieht es aus mit den Tendenzen? Was machen wir eigentlich so als Weltgemeinschaft gegen den Klimawandel? Ist es so, dass man realisieren muss, dass nicht irgendwie Deutschland dieser Vorzeigestreber ist, der mit dem Finger auf alle anderen Länder zeigen darf? Sondern wir in Deutschland sind gemäß unserer Möglichkeiten so weit hinten. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wir erzeugen künstliche Gegenreize. Wir subventionieren fossile Brennstoffe. Übrigens als eines von wirklich wenigen Ländern. Wir sorgen dafür und das, obwohl wir den freien Markt so lieben, dass der freie Markt nicht regeln darf. Anders als in Indonesien, in Vietnam, in Philippinen oder in Bangladesch. Sogar in China. Nun zur großen Frage. Der Punkt, den ich damit bringen wollte, ist, ihr seht, auch wenn es nur Einzelbeispiele gewesen sind, weil alles hier vorzutragen, das wird den Rahmen sprengen, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt. Aber ihr seht, die Tendenz ist eigentlich eine sehr positive. Und wir in Deutschland haben nicht das Recht, mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen, wenn sogar Länder wie Marokko, die uns wirtschaftlich weit unterlegen sind, mehr als sie eigentlich könnten in die Hand nehmen, um ihren Verpflichtungen nachzukommen. Aber was ist denn jetzt mit China? Das ist ja die große Frage. China ist ja, und das haben wir gesehen, von den reinen Zahlen her, sehr weit oben. Ganz oben. China hat uns auch pro Kopf schon eingeholt. Ich möchte dir eins sagen, ja. Wenn du das nächste Mal in meinen Unterricht kommst, ihn nicht von Anfang an verfolgst und dann unqualifiziert dazwischenrufst, dann schmeiße ich dich raus. Und zwar auf eine linksextremistische Art und Weise. Ich sag dir nicht dreimal geh raus. The sad reality. Im Jahr 2020 wurden weltweit 50 Gigawatt Kapazität an Kohlekraft zugebaut. Von diesen 50, 38 Gigawatt in China. Das sind fast 80%. Im Vergleich 42 Gigawatt gibt es insgesamt in Deutschland an Kohlekraft Kapazität. Dann stellt man sich natürlich zwangsläufig die Frage, wie sollen wir hier in Deutschland das Klima stabilisieren, wenn China mehr Kohlekraftwerke zubaut, als der Rest abbauen kann. Wenn wir in Deutschland all unsere Kohlekraftwerke abschalten würden, mit einer Gesamtkapazität von 42 Gigawatt, dann würde im gleichen Jahr China einfach mehr dazu bauen. Also unsere, unser Einfluss auf das Weltklima verpufft. Wir schalten ab, China baut oben drauf. Wir sind da, wo wir vorher gewesen sind. Wie können wir den Planeten retten, wenn China ihn eigenhändig zerstört? Das ist die Frage. Und die versuchen wir jetzt zu beantworten. Weil jetzt wird gefickt. Seit 2013 stagniert der chinesische Kohleabbau. Was heißt das? Wie kann das sein? Wie soll das funktionieren? Die bauen doch die ganze Zeit Kohlekraftwerke. Wie kann denn der Kohleabbau gleich bleiben, wenn die doch ständig neue Kohlekraftwerke bauen? Die Antwort liegt im wirtschaftlichen Aufschwung. Und der führte für Millionen Menschen aus der Armut heraus. Die Industrialisierung, die in Deutschland und in anderen wirtschaftlich vormals führenden Ländern vorangetreten worden ist, auf dem Rücken der Kohle, hat China im Eilverfahren vorangetrieben. Die Entwicklung, die die volkswirtschaftlich machen in China selbst, ist so rapide. Das ist ohne historische Vorlage. Da gab es niemanden, der das schon mal so schnell gemacht hat. Niemand, der es so schnell versucht hat. China sind die schnellsten und die sind so rasant und die setzen auf Kohle. Genauso wie alle anderen. Die machen das nur in einer sehr viel kürzeren Zeit, als wir das getan haben, weil sie die Blueprints haben. Treibstoff dieser rasanten wirtschaftlichen Entwicklung ist genauso wie in Deutschland oder in England oder in Amerika oder überall in anderen wirtschaftlich führenden Ländern die billige Kohle. Denn Kohle ist erstmal billig. Dass sie das bei uns nicht mehr ist, hat andere Gründe, aber grundsätzlich ist Kohle, wenn man viel davon hat, eine sehr günstige Ressource. Man buddelt den Scheiß raus, man verbrennt ihn mit relativ günstig zu bauenden Kohlekraftwerken, dann hat man Strom und kann damit Maschinen bauen, die dann wieder Ware produzieren, die man dann verscherbeln kann. Aber diese rasante Entwicklung in China führte ja zu ziemlich bedauerlichen Kehrseiten. Und das jenseits der Klimakrise. Denn für die chinesische Bevölkerung wurden die Konsequenzen dieser Kohleverstromung, das haben wir ja gestern schon in einem Video gesehen, sehr, sehr schnell greifbar. Wir hatten Schmock, also diese Nebelwellen, die durch die Innenstädte gehen. Wir haben in China eine unglaublich schlechte Wasserqualität und wir hatten steigende Krankenzahlen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Da sind am laufenden Band Menschen verreckt, aufgrund der Kohleverstromung, die die da haben. Also auch noch bevor dem Pariser Klimaabkommen hat man in China begriffen, so kann es nicht weitergehen. Und aus rein eigennützigen Gründen sich dazu entschlossen, nicht mehr weiter auf Kohle zu bauen. Die jährliche Nachfrage nach Strom war bereits zu dem Zeitpunkt des Pariser Klimaabkommens am sinken. Und als das schon am sinken ist, hat die Volksregierung in China, also Xi Jinping, eine Entscheidung getroffen, die wir im kapitalistischen Deutschland nur sehr gut kennen. Das ist eine Privatisierung, die nicht wirklich eine Privatisierung ist. Also man hat es nicht in die Hände von Konzernen gegeben, sondern man hat es in die Hände von Provinzen gegeben, die wie Konzerne arbeiten. Also, was man gesagt hat ist, wir regeln das mit der Stromversorgung und unseren Kohlekraftwerken nicht mehr zentral in China, sondern wir geben das an die Provinzen weiter. Jede Provinz kann jetzt selber entscheiden, ob ich ein Kohlekraftwerk baue oder nicht. Und jetzt können wir uns fragen, was ist wohl passiert? Na klar, das führte zum Start von unglaublich vielen Kohlekraftprojekten. Niemand brauchte die, weil ja die Nachfrage nach Strom eher zurückging, keine weitere Kohle abgebaut worden ist, aber dennoch mehr Kohlekraftwerke mit einer hohen Gigawatt-Kapazität gebaut worden sind. In den jeweiligen Provinzen war das super, weil das führte dann zu Steuereinnahmen und es hat Jobs garantiert. Wirtschaftlicher Wachstum. Ja, wir brauchen sichere Arbeitsplätze, wir brauchen gesicherte Steuereinnahmen und die kriegen wir, wenn wir staatlich finanzierte Kohlekraftwerke aufbauen. Dieser Fehlanreiz ist mittlerweile korrigiert, aber führte dazu, dass bis 2020 unendlich viele Kohlekraftwerke in China gebaut worden sind. Und jetzt wird es sehr, sehr interessant. Wir stürzen uns mit unseren Fingern immer auf die Anzahl der Kapazitäten dieser Kohlekraftwerke. Es geht gar nicht darum, wie viel Strom wird tatsächlich durch Kohlekraft erzeugt, sondern was ist die theoretische Kapazität dieser Kohlekraftwerke und warum werden neue gebaut? Und ich hoffe, ihr habt das jetzt zumindest im Ansatz so ein bisschen verstanden. Vorher war China eine ziemlich staatskapitalistisch organisierte Geschichte, also man könnte auch sagen kommunistisch, so im Ansatz. Also der Staat hat entschieden, das ist nicht kommunistisch, aber der Staat hat entschieden, so und so viele Kohlekraftwerke brauchen wir. Dann hat man irgendwann gesagt, nicht mehr wir entscheiden das, sondern wir finanzieren das und geben dann die Entscheidung zu den Provinzen. Die Provinzen haben gewirtschaftet wie Unternehmen und haben immer mehr Kohlekraftwerke gebaut, weil sie sich gedacht haben, wenn wir hier ein Kohlekraftwerk stehen haben, dann haben wir so und so viel mehr Arbeitsplätze, um das Ding am Laufen zu halten und wir haben so und so viel mehr Steuereinnahmen durch die Arbeitsplätze. Ein falscher Marktanreiz. Das heißt, die liefen nie. In der Realität bedeutet das, dass die Kohlekraftwerke, also die Anzahl der Kohlekraftwerke drastisch nach oben ging, aber da nicht mehr Strom benötigt worden ist, sank die Auslastung der einzelnen Werke insgesamt. Also ein Kohlekraftwerk hat ja eine Auslastung und mit dieser Auslastung wird dann Strom erzeugt. Also ich laste ein Kohlekraftwerk auf, das erzeugt Strom. Wenn ich jetzt immer mehr Kohlekraftwerke baue, dann müssen die alle nicht mehr auf 100 Prozent laufen, sondern gehen von der Auslastung her runter, weil ja nicht mehr Strom verkauft werden kann, als gebraucht wird. Und das bedeutet, dass wenn gar nicht mehr Strom benötigt wird, dann sorgt ein neues Kohlekraftwerk dafür, dass bei allen die Auslastung runtergeht. Hier sehen wir das. Die Auslastung, also der Stromverbrauch von China ist quasi, er ist hier, als sie enorm nach vorne gegangen sind, ist der angestiegen auf ein auf ein gigantisches, mittlerweile relativ stabil. So seit zehn Jahren, die verbrauchen gar nicht so viel mehr Strom, haben aber in der Zeit ihre Anzahl an Kohlekraftwerke nicht nur verdoppelt, sondern ich will gar nicht sagen, wie viele Kohlekraftwerke mehr die haben. Ich meine die genauen Zahlen dazu, da ist schwer dranzukommen, aber es sind unglaublich viele Kohlekraftwerke gebaut worden, obgleich man nicht mehr Strom brauchte. Und das heißt, und jetzt gehen wir in 2007 zurück, dass eine 800 Megawatt Kohlekraftanlage circa eine Milliarde Euro gekostet hat. Und das wurde vom Staat bezahlt. Wenn man jetzt aber natürlich mit einer Rückzahlung, ist ja klar, ist ja Kapitalismus, also Staatskapitalismus. Wenn die Auslastung einer dieser Kohlekraftanlagen unter 50 Prozent fällt, dann gehen die monatlichen Fixkosten, die übersteigen die Einnahmen des Betriebs. Es wird also zu einem Minusgeschäft. Diese Betriebe wurden aber immer noch weiter künstlich am Leben gehalten. Von der Regierung in China. Wir haben also in der Realität, wenn wir mit dem Finger auf China zeigen und sagen, die bauen so viele mehr Kohlekraftwerke oder haben so viele neue gekauft, haben wir den Finger auf Kohlekraftwerke gelegt, die im Minus gewesen sind, weil ihre Auslastung nicht mal bei 50 Prozent gewesen ist und sie in der Theorie zwar sehr viel mehr Kohle hätten verbrennen können, es aber gar nicht gemacht haben, weil ja keine Kohle abgebaut worden ist und kein Ström benötigt worden ist. Insane. Das wurde mittlerweile korrigiert und zwar 2017. Ende 2017 wurde das zumindest in Ansätzen korrigiert. Die Zentralregierung hat das dann mitbekommen und hat gemerkt, Mensch, wir müssen so viele Kohlekraftwerke, die eigentlich tot sind, künstlich am Leben halten. So kann es nicht weitergehen. Also hat die Regierung in China im Januar 2017 den Bau von, und jetzt haltet euch fest, 104 Kohlekraftwerken gestoppt. 104. Die Provinzen in China hatten Bauprojekte, also Anträge auf Bauprojekte von 104 neuen Kohlekraftwerken, die China stoppen musste. Und jetzt kommt der Killer. Und das ist etwas, das man eigentlich nie hört. Dadurch, dass ja so viele neue gebaut worden sind, hat man dann angefangen, die alten stillzulegen. Und jetzt kommt ein Killer. Haltet euch fest. Um möglichst viele Emissionen zu sparen, hat China für seine Kohlekraftwerke so strenge Emissionsvorgaben, dass keines der noch laufenden US-Kohlekraftwerke in China betrieben werden dürfte. Das heißt also, das ineffizienteste Kohlekraftwerk in China ist effizienter als alle in den USA. Und natürlich auch die allermeisten in Deutschland. Aber in den USA ist es so, die sind so alt und die sind so ineffizient und die sind so kacke. Crazy. Und jetzt kommt man zu dem Punkt, wo man sich die Frage stellt, wenn man bis hierhin zugehört hat. Wenn die doch so viel Kohle in die Hand nehmen, um irgendwo neue Anlagen zu bauen, wieso dann keine Erneuerbaren? Wieso bauen die weiterhin Kohlekraftwerke in China? Was soll das denn? Schauen wir uns doch mal an, was die an Erneuerbaren machen. 2019 wurde in China etwas mehr Photovoltaik-Kapazität zugebaut, als in der EU und den USA zusammen. 30 Gigawatt. Also allein in 2019, 2020, 2021, 22 und 23 sind die Zahlen noch extremer. Das sind die Offiziellen, die man kriegt aus 2019. Europa und die USA haben zusammen nicht so viel Photovoltaik gebaut als China. Aber China. 2017 waren es sogar noch mehr. Da waren es nämlich nicht 30 Gigawatt, da waren es 52 Gigawatt. Man baute also innerhalb eines Jahres in China mehr Solarkraft dazu, als es in Deutschland insgesamt gibt. Stand jetzt. Wir haben in China 2017 mehr Solarkraft dazu gebaut, als wir 2022 in Deutschland überhaupt haben. Weltweit liegt China damit weniger überraschend auf dem ersten Platz der installierten Photovoltaikanlagen. Und zwar sehr deutlich vor der gesamten EU auf Platz 2. mit einer Gesamtkapazität von, haltet euch fest, 250 Gigawatt. Ende 2020. Und wisst ihr, was das Interessante ist? Bei diesen Statistiken, und jetzt wird es ein bisschen wild, aber ich sage es trotzdem. Die europäischen, die EU-Staaten sind bei ihrer Kommunikation, wenn es im internationalen Vergleich darum geht, beim Ausbau wollen die immer zusammenzählen. Die haben sich darauf geeinigt, wenn es um erneuerbare Energien geht, zählt Europa. Wenn es nach verursachten CO2-Emissionen geht, geht es immer auf den Einzelstaat. Da sind wir dann wieder bei dem Punkt, dass Staatsgrenzen willkürlich sind. Versteht ihr? Also wenn gut, dann bitte alle zusammen. Wenn schlecht, dann bitte doch lieber einzeln. Weil nur 1,85. Auch bei der Windkraft dominiert China den Weltmarkt. Und zwar it's not even close. Von der weltweit im Jahr 2020 zugebauten Windkraftkapazität entfallen 55% auf China. China verfügt damit auch wenig überraschend über die meisten Windkraftanlagen auf diesem Planeten. Ist auch wenig überraschend. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Punkt. Und der ist auch ein bisschen schwierig. Und dann sind wir wieder bei menschlicher Willkür. Einige von euch werden das schon mal so am Rande gehört haben. Hier kriegt ihr jetzt die Zahlen. Eine stattliche Menge der Gesamtemissionen aus China werden durch Güter verursacht, die in andere Länder exportiert werden. Also man produziert in China, exportiert in andere Länder und verursacht damit natürlich Emissionen. Im Schnitt, und das in den letzten 20 Jahren, also seit 2000, sind es 14,6% aller Güter, die in China produziert werden, werden exportiert. 14,6% im Schnitt der letzten 20 Jahre. Tendenz explodiert. Made in China, das ist das Fundament des wirtschaftlichen Wachstums. Die exportieren mehr, die sind Exportweltmeister. Deutschland ist das schon lange nicht mehr. Die sind der Exportweltmeister. Und die Emissionen, die mit diesen Exporten verursacht werden, die zählen, wenig überraschend, auch zu den chinesischen. Konkret heißt das, dass wir im Jahr 2019, wenn wir die Emissionen aller exportierten Güter Chinas nehmen, dann sind nur die Emissionen der exportierten Güter, also nur das, was man benötigt hat an Emissionen, um diese Güter zu produzieren, so hoch wie der gesamte Emissionsausstoß in Japan, einem hochtechnologisierten Land, einem wirtschaftlich boomenden Land. Und jetzt eine kleine Funfrage, wie viele Einwohner hat Japan? Mehr oder weniger als Deutschland? Was meint ihr? Und sehr viel mehr, sind knapp 130 Millionen. Jetzt kommen wir zum Importanteil. Deutschland 14% ihrer Güter. England 14%. Frankreich 33,2%. Italien 33,8%. Und die tauchen in den Klimabilanzen gar nicht auf, sondern die werden China zugeschrieben. Sprich, wenn wir wirklich irgendwie an den Punkt kommen wollen, wo wir fair mit China umgehen und den Emissionen, und das sollten wir erst tun, wenn China fair mit den Uiguren umgeht, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, dann müssen wir uns darum kümmern, dass wir nicht mehr Dinge importieren, als die chinesische Wirtschaft ohne einen exponentiellen Anstieg an Stromverbrauch produzieren kann. Und das ist ein heftiges Problem. Was denn jetzt? Also wir haben jetzt sehr viel gehört. China ist Nummer 1. Verursacht sehr viel. Was machen wir? Was macht China vor allem? Hier ein paar konkrete Ziele, die ich habe finden können. 2016, und das wird uns hier alle sehr interessieren, hat die chinesische Regierung das Ziel ausgegeben, den Fleischkonsum der Bevölkerung bis 2030 zu halbieren. Ist aber nur plant-based, weil die Motivation ist nicht Tierschutz. Die Motivation ist Klimaschutz. Für die Autofans, weil die Deutschen sind ja Autofans. Fast jedes zweite E-Auto der Welt ist in China unterwegs. Nochmal. Fast jedes zweite E-Auto, das auf diesem Planeten fährt, ist in China unterwegs. Und in China kommt auf einen Pkw 6,2 Chinesinnen. In Deutschland ein Pkw auf 1,7 Deutsche. Die Zahlen sollten klar sein. Das heißt ja sonst, naja, es sind ja auch viel mehr. 2015 hat die chinesische Regierung als eine der ersten Amtsmaßnahmen nach dem Pariser Klimaschutzabkommen sofort, weil die gesagt haben, das können wir sofort machen, also machen wir es sofort, verboten, Motorräder mit Verbrennungsmotor in Stadtzentren zu fahren. Wir haben einfach gesagt, wenn du in der Stadt unterwegs bist, dann gibt es kein Motorrad mit Verbrennungsmotor. Das war das häufigste Fortbewegungsmittel. Ein Boom von Elektrorollern. Jedes Jahr werden in China knapp 40 Millionen neue Elektroroller dadurch verkauft. 40 Millionen neue Elektroroller jedes Jahr. Weil die in den Innenstädten das gängigste Fortbewegungsmittel 2015 einfach verboten haben. China hat mit 38.000 Kilometern das mit großem Abstand größte Hochgeschwindigkeitseisenbahnnetz der Welt. Die Gesamtlänge dieses Hochgeschwindigkeitseisenbahnnetzes ist zwei Drittel der weltweiten Hochgeschwindigkeitsstrecken. Also China ist in Besitz von zwei Drittel der weltweiten Hochgeschwindigkeitsstrecken. Und die Preise sind nahezu kostenlos. Die bieten also ihren BürgerInnen eine nicht nur preiswerte sondern nahezu kostenlose Alternative zum Individualverkehr. Was dann auch dazu führt dass kaum einer von denen Individualverkehr nutzt. 6,x Chinesin auf ein Pkw. Kaum jemand von denen fährt Pkw. Die fahren alle mit Öffis. Warum? Weil die Öffentlichen so gut sind da. Im September 2020 und das kam ziemlich überraschend hat Staatspräsident Xi Jinping mit einer Ankündigung kam mit einer Ankündigung in der Ecke dass China noch vor 2030 das Maximum seiner CO2-Emissionen verursachen wird. Also die steigen ja derzeit und die wollen vor 2030 was sie eigentlich laut Pariser Klimaabkommen also laut Pariser Klimaabkommen dürfen die bis 2030 mehr Emissionen ausstoßen jedes Jahr. Die haben gesagt wir erreichen unseren Höchstpunkt vor 2030 und wir erreichen Klimaneutralität bis 2060. Das reicht nicht. Das wissen wir. Aber es ist eine Tendenz. Versteht ihr? Vorher war das noch nicht mal im Kern in irgendeiner Form ersichtlich. Das heißt im Fazit dass ziemlich bescheuert ist Klimaschutz in Deutschland in Frage zu stellen weil China sich ja so schlecht entwickelt. ist es komplett bescheuert zu sagen wenn China 2060 tatsächlich klimaneutral ist dann fangen wir an. Und warum? Weil dann ist es zu spät. China ist nämlich anders als Deutschland ganz weit vor den vereinbarten und vertraglich ausgehandelten Pfaden. Anders als Deutschland. Deutschland ist sehr weit hinten. China ist nicht nur innerhalb der Pfade sondern sogar drunter. Die Umstellung auf eine gesamt klimaneutrale Gesellschaft hat in China bereits begonnen. Der Planet wird klimaneutral. Wir müssen nur in Deutschland endlich anfangen gemäß unserer wirtschaftlichen Möglichkeiten mitzuziehen. Denn wenn man guckt was hat jedes Land so an Geld zur Verfügung und wie viel davon wird in Klimaneutralität gepumpt dann ist Deutschland sehr weit hinten. Deutschland war mal führend. Deutschland hatte mal die Markthoheit über Erneuerbare und hat sich dann entschieden weiter in fossile Brennstoffe zu pumpen. Das ist ziemlich bescheuert. Also ich hoffe dass ihr mit dieser dann doch jetzt 60 minütigen Vorstellung ein wenig besser ausgerüstet seid. Wenn euch beim nächsten Mal aber China zugeworfen wird. Ich hoffe dass ihr das ein oder andere mitnehmen konntet und dass ihr wenn denn der Da Vinci das nächste Mal kommt und sagt aber China dass ihr dann ein wenig dem ein wenig entgegentreten könnt. Ich hoffe der ein oder andere hat eine neue Information bekommen oder konnte mich haben auch einige Dinge einfach überrascht weil die kriegt man ja so gar nicht so mit. Da muss man ja wirklich aktiv suchen um das zu finden. wäul mir misallsch hosem mee eh eh no main a sun sap ra no no Amen.